Musik Herzlich Willkommen bei Foras Wasserkunst in Byron im Kanton Luzern. Wir produzieren Zimmerbrunnen sowie Chromstallwasserspiele für Innen und Außen. Darüber hinaus sind wir Generalimporteur von Leichtfelsen für die einfache Gartengestaltung. Ein Zimmerbrunnen ist der energiesparendste Luftbefeuchter, den man sich vorstellen kann. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir für jeden Geschmack die richtige Stilrichtung anbieten. Besuchen Sie unsere Ausstellung und lassen Sie sich inspirieren. In unserer Werkstatt nebenan stellen wir mit Ihnen Ihren Wunschbrunnen zusammen. Wir bauen Ihren Zimmerbrunnen mit einem servicefreundlichen System auf, damit die jährliche Reinigung kein Problem ist. Natürlich bieten wir auch einen Unterhaltsservice an Ort und Stelle an. Elegante Chromstallbrunnen für Innen und Außen. Wir produzieren nach Ihren Wünschen Ideen und Platzverhältnissen. Ein Chromstallbrunnen im Innenbereich ist ein idealer Luftbefeuchter auf kleinstem Raum. Edle Chromstallanlagen in jeder Größe fertigen wir ebenso für den Außenbereich. Diese beleben jeden Steingarten, Terrasse, aber auch Geschäfts- und Ausstellungsräume sowie öffentliche Anlagen. Auch im Winter sind sie eine Augenweide. Dank moderner Technik können Sie bei Minustemperaturen wunderschöne Eiskulpturen in Ihrem Garten oder der Terrasse haben. Zu viel Arbeit im Garten? Wir haben die Lösung. Im pflegeleichten Garten mit Leichtfelsen für die Ruheoase bei Ihnen zu Hause. Der eigene Bach im Garten. Wir bieten Kunstfelsen für steiles und ebenes Gelände sowie für kleine und große Platzverhältnisse. Aus einzelnen Bachlaufelementen saubern Sie in nach wenigen Stunden eine Ferienstimmung in Ihr Heim. Unsere Leichtfelsen aus Polyester mit Echtsteinbeschichtung lassen sich mit Hochdruck reinigen. Mithilfe einer Umwälzpumpe zirkuliert das Wasser. Der Transport ist ohne weiteres mit dem PW möglich. Heute installieren, morgen genießen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017